Wir machen weiter und suchen jetzt, ähm, wie heißt der? Fyndel Marshal. Club der alten Herren. Das ist mal Fähigkeiten, was Hammerl. Das nächstes ist das hier. Dann nehme ich das als nächstes in der Stufe, dann durch und so weiter. So, wo müssen wir überhaupt hin? Hallo, Jesse. Ach, Schlüsselkarte 3. Ja, stimmt, jetzt können wir auch in die Türen mit der Nummer 3. Nächsten Widersacher. Lussi 1. Das ist ja wie bei Prey, diese Nano-Dinger da. Ich habe jetzt die Schlüsselkarte Nummer 3, Nummer 1 und Nummer 2 habe ich auch. Fehlt jetzt eigentlich noch im Grunde die 4. 9. Summe 3. Das ist ja wie bei Prey. Wir können hier rein, interessant. So what's that, man? Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, easy peasy never. Was ist das? Haben wir ja schon. Haben wir schon? Was ist das? 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 Kommt mal her. Was ist das? 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 Haben wir das schon? Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von 2. Ne, haben wir schon bla bla bla. Was ist das? 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 Was sind das? Was ist das? Ich suche mich die Level-3-Türen. Hier nämlich. Wir gehen mal da hin. Vielleicht gibt es da nochmal Sachen, die ich gerne hätte. Ich weiß noch, wo ich Prey aufgenommen habe. Das war so zum Zeitpunkt, so Silvester. So morgens, keine Ahnung, 6, 7, war ich einfach Let's Play am frühen Morgen. Boah, ich weiß das sogar noch genau. Boah, ich war so müde und so richtig platt. Und jetzt im Nachhinein? Ja, hat Spaß gemacht. So wie das hier? Das macht auch Spaß. Zentrale Forschung. Ja, hier will ich schon richtig. Ja. 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 Na gut, ich bin nun seit 24 Jahren hier. Ich war schon immer hier. In all den Jahren haben wir erstaunliche Entdeckungen gemacht. Äußerst wichtige Studien verfasst. In all dieser Arbeit gibt es einige Menschen. Und das ist wie wenig wir wirklich wissen. Wir streben natürlich danach. Ach du Scheiße. Was? Level 3? What the fuck? Ach du Scheiße. Ah! Zogetz. kleiner Kackspass. Bums. Alter, du gehst mir richtig auf den Weg. Komm her. Ich will mich hier mal umgucken. Hängt eine Leiche und ein Filmprojektor, das ist los. Sniper. Was? Torch. Die Frames drängen gerade durch. Was sind das für komische Gegner einfach? Das kann man kaputt machen. Das ist ein Sedan. So, kaputt schießt. Scheiße. Fuck. Den hab ich nicht gesehen, ja. Und Eiver so aus dem Nichts. Mh, Männer. Ja. Soll Gibt's hier nicht alles noch, Alter! Radio! Schon krass, was es hier echt gibt. Da bin ich mir nur WTF! Gehen wir mal da rein.